Hallo, ich bin Desiree Korb und ich bin die Inhaberin und Gründerin von Herz aller Liebst Events. Wir sind spezialisiert auf freie Trauungen und sind damit bundesweit unterwegs. Unsere Zentrale ist im grünen Herzen Deutschlands, nämlich in der Thüringer Landeshauptstadt Erfurt, aber wir sind für euch im gesamten Bundesgebiet europaweit und wenn ihr möchtet auch weltweit unterwegs. Eine freie Trauung ist eine wundervolle Art eine Zeremonie, eine Hochzeitszeremonie zu feiern und die Möglichkeiten dabei sind schier unendlich. Wenn man besonders naturverbunden ist, kann man sich an einem See trauen lassen, in einem Wald oder was ich aus meiner Erfahrung sagen kann, was am beliebtesten ist, das sind einfach die Trauungen direkt an der Location, an der auch später die Feierlichkeiten stattfinden. Es gibt Paare, für die gehören auch die schmerzhaften und sehr emotionalen Erlebnisse zu ihrer Zeremonie, aber es gibt auch Paare, die wünschen sich eine Hochzeitszeremonie ohne Trief und Herzschmerz, einfach nur lustig und fröhlich und die einfach nur zu denen passt und zum Feiern einlädt. Und all diese Möglichkeiten schenken wir unseren Paaren und lassen uns zu 100 Prozent auf ihre Wünsche ein. Es gibt unzählige Möglichkeiten, den Kontakt zu uns aufzunehmen. Die meisten Paare nutzen tatsächlich das Kontaktfeld auf unserer Homepage. Sobald wir die Anfrage erhalten haben, prüfen wir unsere Verfügbarkeit und senden dann per Mail ein Angebot. Sollte dieses Angebot für die Paare in Ordnung sein, treffen wir uns zu einem ersten Kennenlerngespräch, damit sowohl das Paar als auch wir schauen können, ob die Chemie zwischen uns passt. Denn am wichtigsten Tag eures Lebens sollte natürlich auch zwischen uns eine positive Harmonie herrschen. Ich würde mich sehr freuen, wenn euch die kleinen Einblicke in unser Unternehmen gefallen haben und wir euch dabei helfen dürfen, den perfekten Tag mit einer freien Trauung noch besonderer zu machen und ihm die Sahnehaube aufzusetzen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017